Der Spengler Cup hat wahrscheinlich die wichtigste und dynamische Atmosphäre in einem Hockey-Event. Beim Spengler Cup haben wir drei von unseren Produkten einsetzen können. Die Lichtshow, das Fan Bingo und das Quiz. Die wurden alle integriert in unsere App, die wir für das Turnier entwickelt haben. Die Leute im Stadion haben uns in einem sehr positiven und sinnvollen Weg aktiviert. Ich glaube, es ist nicht schlecht, ich habe noch etwas Haltes gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Wir haben ja neu auf dieses Jahr das Pausenspiel via App lanciert. Die Mitratzahlen sind sehr hoch. Das ist eine kreative Idee. Herzlichen Dank an Fentyctor, das das Spiel hier lanciert hat.